Servus Leute, hier ist wieder euer Criss Cross. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich gerade am Danstar World Cup hier in Kroatien. Wir sind gerade auf der Parade, wo sich die ganzen Länder so vorstellen, wer alles so dabei ist. Und ja, ich nehme euch mit. Let's go! Big Republic ist in der Haus. Der erste Jahr Deutschland ist in der Haus. South Africa ist in der Haus. Hi! Nice! So, wir warten jetzt an gerade, bis die Parade anfängt. Jetzt sind wir schon am chillen. Und yes, wir warten nur noch, dass wir in die Halle rein können, die erste Probe machen können. Und dann zeigen wir die ganzen Welt, was da einfach für geile Tänzer am Start sind. Richtig geil. Österreich ist richtig stark vertreten. Wir sind alle hier in schwarz, weiß und rot. Hello! Nice! Genau. Österreich ist auch da. In großer Zahl. Welcome to Criss. Welcome to Poderich. Welcome to the dance. Roll Dance Monsters Tomorrow starting With a competition in July Celebration The opening ceremony Say ho Ho Say ho Ho Say ho Ho Say DJ DJ Let's go Ho 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 Ja Leute, so das war's mit dem Video. Boah, die Party war richtig, richtig geil, also die sind alle richtig abgegangen, die sind jetzt alle richtig eingestimmt für die Meisterschaft. So, jetzt gehen wir noch zum Hotel, da chillen wir, da schlafen wir und morgen geht's dann voll weiter. Dann bis zum nächsten Video, haut's rein Leute, euer Chris Cross, ciao.